Hallo, heute ist Donnerstag, der 3. Oktober 2024. Laut dem Bericht heute von Webseiten www.thex.com möchte die Nachrichten Ihnen sagen, was müssen Sie wissen, nicht mehr eine finanzielle Hilfe von der Regierung des Bundesstaats-Vertmund, der Vereinigten Staaten von Amerika. Für die Leute des Bundesstaats-Vertmund, die für Universitätsstudien auf die Schule gehen möchten, es ist das Finanzministerium von der Regierung des Bundesstaats-Vertmund, der das Geld in Millionen US-Dollar nach University of Vermont, Vermont State Colleges und Vermont Student Assistance Corporation in Bundesstaats-Vertmund, damit die Zusammenarbeit über die finanzielle Unterstützung zwischen einer Universität des Bundesstaats-Vertmund und der Regierung des Bundesstaats-Vertmund getrennt werden. Das Universitätsstudium für die Leute des Bundesstaats-Vertmund kann wegen dieses Geld von der Regierung des Bundesstaats-Vertmund verlaufen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.